Ich möchte euch heute gerne ein Make-up zeigen, was super zum Sommer und Frühling passt. Speziell zu diesem Oberteil hier. Also wenn ihr dann irgendwie auf eine Strandparty oder keine Ahnung, ich finde das halt schön blumig, bunt. Ich mag die Farben sehr gern. Ich hoffe, euch gefallen sie ebenfalls. Anfangend ist immer wichtig, das Gesicht muss eingecremt sein. Dass sich gerade auch das Make-up und Concealer, also sprich die Foundation auch super verteilen lässt. Also einfach schon eincremen das Gesicht. Wie ihr seht, habe ich auch schöne Pickels. Passt ja heute super. Hier ist mir irgendwie eine Ader oder so geplatzt. Keine Ahnung. Hier irgendwie auch. Platzen wohl mehrere Adern in letzter Zeit. Ja gut, hier habe ich einen kleinen Pickel. Klein. Und hier habe ich auch einen kleinen. Finde ich super. Ganz toll. Weil dann kann man die heute schön wegschneiden. Zuerst mit dem Concealer beginnen. Dazu habe ich hier eine ganz, ganz schöne Palette. Ganz, ganz viele Concealertöne. Finde ich super cool. Also gibst du alles dabei. Und arbeite das unter dem Auge schön ein. Kann unter dem Auge immer schön hell sein. Damit die ganzen Fältchen verschwinden. Die ganzen Fältchen, die Augenringe. Alles was uns da oben gibt. Auf Fältchen, auf Augenringe. Augen vor allen Dingen aus dem Augenland. Augenland gibt es noch mal. Das Augenland gibt es vielleicht irgendwo. Und dann schön mit dem Pinsel einarbeiten. Schön auf außen. Sehr schön. Das Auge. Und vor allen Dingen den Blick öffnen. So, wenn ihr das dann so mit dem Pinsel bearbeitet habt, könnt ihr gerne topfen. Ich finde auch dieses Make-up-Eye super. Es gibt so ein Make-up-Eye. Ganz, ganz toll. Muss ich mir unbedingt besorgen. Habe ich jetzt leider nicht da. Aber bin ich total begeistert von. Und werde ich mir den auch zulegen. Also falls ihr dieses Ei schon habt, könnt ihr auch statt eurem Finger halt das jetzt damit schon schön eintupfen. Und ihr seht, auch mit den Fingern, ich schmiere nicht. Ich mache tupfende Bewegungen, ja. Das ist total wichtig. Weil wenn ihr eure Finger hin und her wischt, schmiert ihr das Make-up wieder weg. Wie ihr seht, ich mache tupfende Bewegungen. Tupfen ist wirklich, wirklich wichtig. Und dann benutzt ihr euer Puder. Ich trage meinen Puder gerne mit einem Pinsel auf. So ein. Weil ich finde, man das mit diesem Pinsel super gut verteilen kann. Und schön in die Pollen einarbeiten kann. Ihr seht, ich mache auch kreisende Bewegungen. In diese kreisende Bewegungen kann man das super einarbeiten. So in diesen Ton. Und verteilen dieses an bestimmte Stellen. Und zwar Nasenrücken. Paaransatz. Wangenknochen. Kinn. Dann habt ihr schon mal eine wundervolle Grundierung dafür. Komplett aufs Auge raus. So wie ich das hier auch mache. Dass man, wenn ihr das Auge so auch habt, dass man nicht nur hier auf dem Augenlid was sieht. Sondern auch euch ein bisschen drüber hinaus geht schon. Okay? Okay, ja. Ich antworte mir ja auch. Klar. So was, dann müsst ihr euch gar nichts bedenken, wenn ich so was machen. Einfach gar nichts. Gar nicht beachten. Dann habt ihr schon mal schön Gold. Auf den Old Line. Ich bin so ein Pinsel. Und arbeite ein Grün in die Lidfalter ein. Und dann, mit diesem, gehe ich jetzt unter meinen Wimpernkran. Und zwar, äh, mit dem Dunkeln. Und dann. Und dann. Ja, finde ich jetzt auch mal super dafür. Um über eine Härte aussehen zu lassen. Für innen nehme ich jetzt so ein Grün. Das lässt die Augen schön leuchten. Nicht in die rote Zone. Das sieht gut aus. Hier. Sieht auch gut aus. Das ist gut aus. Nicht in die rote Zone. Nicht in die rote Zone. um mal, dass ihr schön eure Hand ablegt. So, dann nehmt euch den Pinsel. Und je nachdem, ob ihr es mit einem Lippenstift, so wie ich. Oder aus der Schminkepalette, Lipgloss, egal. Gerne mit dem Pinsel. Beim Pinsel lässt es sich immer schöner auftragen. Und geht auch schön in die Rillen. Und schon habt ihr euer Make-up fertig, passend zu diesem Oberteil. Und da könnt ihr jetzt dann schön Partymachen fahren. Und euch eure Haare schön stylen. Also, wenn man mich fragt, ich würde dazu jetzt höchstwahrscheinlich... Ähm... Mann, jetzt hab ich volle Lücken. Sieht doch richtig cool aus. Ähm... Würde ich es niedlich finden, wenn man die Haare... so macht. So macht. Vielen Dank.